Wo muss ich hin, da runter. Und schüpp. Und heilen einmal, merke ich gerade. Das ist eigentlich schon gut. Nein. Und jetzt? Da vor. Das war schwer. Nein. Solange man solche Rättern sind, ist das das Liebste. Oh, oh. High Checks. Genau eins kommt, muss drücken. Dann wird das jetzt noch dran kommen. Da hinten. Und jetzt das. Der Computer, na? Kann nur jetzt sein. Oh, das war jetzt gemein. Oh, das war jetzt gemein. Oh, das war jetzt. Oh. 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 Das creation ist наверх. Bohe. Oh. 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 Quartier Es wird nicht mehr lange dauert, Brems. Ah! Boah! Warum haben sie hab ich jetzt flammiert? Erst mal das. Vielleicht weil ich mit dem Bolzen geschossen habe, da ist das Urgas herinnen. Und jetzt entzündet. Gute Frage. Nein. Doch. Hä? Okay, ich gehe mal den einzigen möglichen Weg. Ich glaube, ich weiß schon. Ja. 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 Was ist das? Aber nein, jetzt kann ich mich auf jeden Fall noch bewegen, ob das kommt. Gehen Sie links! Nein, rechts! Ja, da! Nein, das kommt nicht da. Nein, aber das kommt auf jeden Fall noch. Riccardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Das war dieses Saison ersetzbar, was du hattest. Oh-oh, schau's dran. Krabbel, krabbel. Geh einfach zum Marshall-Büro zurück, RIP. Bitte. Naja, die tun immer so, als wäre es so leichter. Da sind 34 Trillionen Aliens. Halt, RIP. Hier geht etwas merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation. Sofort! Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort! Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Warum ist das so hektisch? Wieso nichts? Ja, alles ganz einfach. Sicher? Rechts, hinter dir. Links, da. Geradeaus. Rechts, hinter dir. Links, da. Geradeaus. Drehst du dich ständig um? Wo soll ich da eine Richtungsanweisung geben? Da wahrscheinlich. Und wenn du dich im Kreis drehst, kann ich wohl schlecht sagen. Dreh dich um. Na. Naja. So. Wo müssen wir hin? Gehen Sie zur San Cristobal Krankenstation. Ja, links. Wo? Happy Edition Tower. Ah, so ausgeschöpelt. Sorry. Da haben wir das. Kimmett Tower. Gut, ich kann beide rufen, was irgendeiner wird schon funktionieren. Den glaube ich kann ich nicht rufen. Nein. Aber den. Ich bin auch nicht okay. Somit gibt es nicht viele Möglichkeiten. Nein, können wir auch nicht. Das ist rot. Ja. Na komm. Dieser Waggon für den Belastertohlwissenschaftler, Sieglohn. Hm, ich bin eine Überlebenskünstlerin, steht da schon. Jetzt habe ich nichts davon gemerkt. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsorgung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt! Ich glaube, das ist die Alessidora. Marlow hat es geschafft, die Autopilotenkorts zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es sind Kurztreckenschuttle, aber das reicht. Verstanden. Beatextremus! Haaa, ganz.... Leise, aber doch zügig. Und ein Ladescreen Jetzt brennt alles wieder einmal Ah, das war das Stimmt Stimmt Ah! Kennst du die Stelle noch? Ja. Jetzt haben wir irgendwie Glück. Schleiß nicht. Das Problem ist, ich weiß, was da echtes Problem war? Ich kann nicht schießen, ja? Geht auch nicht, da hat ein Schutzanzug an. Ja. So schnell stirbe ich auch nicht. Das hätte ich eh vor gehabt, bis mich der nicht mehr sucht und das Alien auch irgendwo mal ist. Ich muss dann aber irgendwie loswerden. Weil der nervt sicher noch, weil dann... Die sind ja auch der Sack, der, wenn ich ihm verbrennen sage, der ist bis zu 5000 Grad. Da, 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 da. Ja. Okay. Okay. Ja, das passt dir. So wäre ich ihm nämlich los, schau. Ich werde hier jetzt schreiten. Wird man jetzt verstecken, ist. Ja, bis wir wieder... Dich beruhigt hat. Vielen Dank.